Wir schreiben das Jahr 2005. Es ist der 7. April und etwas Großes wird verkündet. Ein sehr langwieriger Markenrechtsstreit wurde nun endlich beigelegt mit der Firma Hearst Cooperation, wo es darum geht, wie mit dem Namen Mandrake Soft weiter verfahren werden soll. Denn die Firma Mandrake Soft und Connectiva wollen sich zusammenlegen, dürfen wohl aber den Namen nicht behalten. Und da gab es nun Streitereien ohne Ende. Aber man hat sich umentschieden. Man hat sich gesagt, wir wollen uns eher auf das Produkt fokussieren, auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich auf Entwicklung und Verteilung großartiger Technologien, ohne ewig weiter streiten zu müssen. Also haben sich Mandrake und Connectiva zusammengesetzt und überlegt, wie sie den Namen Mandrake jetzt umbenennen können, in wie das neue Produkt denn heißen soll. Und die Lösung ist ganz einfach. Mandrake plus Connectiva ist gleich Mandriva. Ich wette, an diesem Tag ist ein Marketing-Mitarbeiter, Mitarbeiter des Monats geworden, für so eine tolle Wortkombination. Nein, aber wirklich Scherz beiseite. Es war wirklich eine sehr, sehr große Ankündigung nach dem Rechtsstreit mit der Hearst Cooperation, als Mandrake und Connectiva sich zusammengeschlossen haben. Ja, und Mandriva Linux ging dann auch quasi sofort los. So sieht dann im Prinzip die Webseite aus, oder zumindest sah sie damals so aus. Die Seite gibt es nicht mehr, mandriva.com. Und es gab tatsächlich auch diverse Produkte im Konsumerbereich, denn Mandrake Linux, so hieß das zum Teil damals noch, die durften die Version 10.1 immer noch unter dem alten Namen vertreiben, was dann aber dann irgendwann zu einem Synonym für Mandriva Linux wurde. gab es einmal die Serverprodukte, denn das war die Markenspezialität von Mandriva, waren eben Enterprise-Produkte wie Server, Netzwerkschnittstellen und so weiter. Aber es gab eben auch das Consumer Package, einmal Desktop-Workstation für Anfänger, für Fortgeschrittene und für Experten. So, das, ja, Anfänger-Modell quasi ist im Prinzip ein ganz einfaches Betriebssystem, wird mit drei CDs ausgeliefert, nicht DVDs, tatsächlich drei CDs mit einem englischsprachigen Handbuch, einen Web-Support 30 Tage, eine 30-tägige Mandriva-Club-Membership, also eine Mitgliedschaft im Mandriva-Club und man konnte via Mandriva Online 30 Tage lang einfach Updates durchführen. Ja, und danach eben nicht mehr. So, das ist im Prinzip das Anfänger-Paket. Dann gab es noch ein Power-Paket. Das Ganze ist dann mit sechs CDs gekommen. Also, da hat man dann schon einen etwas größeren Karton dann geliefert bekommen, hat dann entsprechend seine 60 Tage Web-Support und Mitgliedschaft und so weiter. Lediglich die Updates blieben bei 30 Tage. Auch die Mitgliedschaft im Mandriva-Club sind nur 30 Tage. Und das Handbuch wurde nun auch ausgedruckt, und zwar mit einem Starter-Guide und einem kompletten Referenz-Handbuch. Sehr schön. Und dann, zu guter Letzt, gab es noch das Power-Pak-Plus. Das ist dann für Small & Home Office Networks, und zwar einfach gestalten. Und in diesem Karton waren acht CDs und eine DVD drinne, inklusive zwei Handbücher. Einmal das Starter-Guide, was wahrscheinlich in den vorherigen zwei Paketen auch drinne ist, plus zusätzlich ein Server-Administrations-Guide. Dazu einen kostenlosen Monat Silver-Level im Mandriva-Club und drei Monate Mandriva-Online-Updates für Mandriva-Personal-Solutions. Und mit im Paket waren eben Groupware, komplette Network-Services, wie zum Beispiel LDAP, aber eben auch BitTorrent, Server, Cups, also Print-Server, Mail-Server, Web-Server war alles mit dabei. Ja, dann diverse Sicherheitsfeatures und so weiter. Und natürlich ein paar Desktop-Sachen. Hier steht Webbrowser Mozilla und Conqueror. Das heißt, wir konnten auf jeden Fall davon ausgehen, dass dort KDE-Plasma drauf war. Oh, was für ein Paket. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das Ganze richtig teuer war. Ich will mal schauen, was dieses Paket hier gekostet hat. Ob man das hier noch sieht im Store. So, das normale Powerpack hat ungefähr 79 Euro gekostet. Das ist dann aber schon die 2007er Version. Hier bin ich schon in den April 2007 jetzt verschoben worden. Also es gibt leider kein Snapshot mehr vom Jahr 2005, was es damals gekostet hat. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ungefähr gleich gekostet hat. Also hier, dass die Desktop-Version 44 Euro und das Powerpack plus 200 Euro. Also zwischen 180 und 200 Euro. Also je nachdem, als Download-Version ein bisschen günstiger mit Akira-Backup. Also ist schon ein richtig großes Ding gewesen, Mandriva Linux. Also es war durchaus ein sehr großes Unternehmen, Mandriva Linux. Mit einer sehr guten Daseinsberechtigung, ein sehr gutes Marketing und einem tollen Job. Und wirklich hervorragenden Service auch. Also es gab eine Service-Hotline, gab Chat-Service schon. Das ist alles noch keine Selbstverständlichkeit im Jahr 2005. Bis 2007 und so weiter. Ja und dann im Jahr 2010 haben dann ehemalige Entwickler und auch Fans von Mandriva das Projekt Mandriva eben geforkt. Und entsprechend ein eigenes Betriebssystem daraus gemacht. Auch wieder unter neuem Namen. Und zwar lautet dann dieser Name Magia. Ja, wie sich denn dieser Nachfolge so verhält in Bezug auf andere Betriebssysteme. Das schauen wir uns hier heute mal an. Ich weiß, es war ein langes Intro jetzt. Aber umso besser. Schnapp dir einen Tee. Los geht's. Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag. Zeit für SonntagsOS. Und heute zieht es uns mal nach Frankreich. Und zwar zu einem, ja, sehr, einem Urgestein von Linux-Betriebssystemen, nämlich Magia. So, ich selber habe Magia noch nicht installiert. Das heißt, das wird für mich jetzt ebenfalls, ja, eine kleine Premiere. Und das trifft sich immer ganz gut, da ich so wirklich am besten live, jetzt hier quasi live, auch nachvollziehen kann, ob denn ein Betriebssystem überhaupt, ja, einfach zu handeln ist, einfach zu installieren ist und so weiter. So, hier auf der Webseite finden wir dann hier gleich den, ändern Sie Ihren Blickwinkel. Und dann haben wir hier den Download-Link. Da kann man da einmal draufklicken und dann hier auf Jetzt herunterladen. Dann kommen wir hier zu Klassische Installation, Live-Medien oder Netzwerk-Installation. Bei Live-Medien ist, da ist es eher so, wie man das bei anderen Betriebssystemen auch gewohnt ist. Man kann im Prinzip das Live-System starten und schon mal ausprobieren und dann entsprechend installieren. So, ich selber habe mich dann für die klassische Installation entschieden. Das bedeutet, sobald ich die ISO einlege und starte, dann startet automatisch der Installer und dann kann ich Magia sofort installieren. Und das Ganze werde ich auf echter Hardware installieren und nicht in einer virtuellen Maschine. So, ich habe die ISO jetzt auf einem Stick drauf, auf meinem Ventoy-Stick und der Stick ist der Sandisk Cruiser. Und hier haben wir es auch schon, Magia 8. Dann einfach mal starten. Boot in Normal-Mode. Und ja, so sieht dann das, ja, Grub-Boot-Menü aus. So, mit F2 kann ich hier schon mal eine Sprache auswählen. Das werde ich einfach mal machen. Und wir werden mal schauen. Hier haben wir Deutsch. Enter. Genau. Und dann einfach Magia installieren. Einfach Enter. Und dann mal schauen, ob alles jetzt auf Deutsch eingestellt ist. So, und in der Tat ist der Installer bereits schon auf Deutsch jetzt eingestellt. Sehr gut. Dann kann ich jetzt hier im Prinzip Deutsch ausgewählt lassen und hier einfach auf Weiter. Dann gibt es eine Lizenzvereinbarung, da mit Sicherheit auch nicht freie Software mit dabei ist. Und wie zum Beispiel Encoder für MP3 und so weiter. So, ich werde jetzt die Lizenzen einfach mal akzeptieren und dann auf Weiter. Und hier sind wir dann bei der Tastatur. Das Tastatur-Layout ist bei mir regulär deutsch. Und hier kommen wir zur Festplattenbelegung. Hier bitte wirklich darauf achten, dass die richtige Festplatte auch ausgewählt ist. Bei mir ist es die Veno Scorb, die 200, ja, 256 GB sind das eigentlich, ne? 238 GB Festplatte. So, dann werde ich im Prinzip hier das komplette Laufwerk löschen und freien Platz verwenden. Da ist jetzt ein Arch Linux drauf. Das kann aber runter. Das ist ja, wie gesagt, meine Spielplatte quasi. Und deswegen können wir hier das Laufwerk löschen. Einmal weiter. So, sämtliche existierende Partitionen und so weiter gehen dabei verloren. Daten gehen verloren. Das ist okay. So, jetzt werden hier die Partitionen angelegt. Es werden, glaube ich, drei Partitionen und eine Swap-Partition, also vier Partitionen insgesamt angelegt. Eine Boot-Partition, eine Root-Partition, eine Home-Partition und eine Swap-Partition. So, hier kommen wir dann zu den Installationsmedien. So, gefunden wurde im Prinzip die Releases, die auf der ISO drauf sind. Das wäre das Core-Release und das Non-Free-Release. Und hier kann ich jetzt auswählen, ob ich dann noch weitere Quellen habe, Installationsquellen. Das kann zum Beispiel ein Firmennetzwerk sein oder ein anderes freies Repository. Ich habe aber kein weiteres, deswegen mache ich hier weiter und lasse auch hier überall den Haken drin. Dann einmal weiter. Und hier kann ich mir jetzt aussuchen, welchen Desktop ich denn haben möchte. Bei Benutzer definiert kann ich dann noch auswählen zwischen Mate, Xfce, LXcute und LXde. Dann gibt es halt hier Gnome und Plasma. Ich würde sagen, ich bleibe bei Plasma. Und im Prinzip war es das auch erstmal schon mit der Vorbereitung der Installation. Die Installation selber wird jetzt hier so zwischen 10 und 20 Minuten dauern, so wie es hier gerade anzeigt. Und ja, dann warten wir mal ab. So, die Installation ist durch. Und hier werden wir jetzt gebeten, uns Passwörter und ein Benutzerkonto einzurichten. Wir fangen an mit dem Root-Passwort, mit dem Administrator-Passwort. Und da vergebe ich natürlich ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Root. So, das Gleiche machen wir jetzt hier auch noch mit dem, ja, Benutzer, mit dem lokalen Benutzer. Vollständiger Name, einmal der Name Typ, Benutzername hat er gleich vorgeschlagen. Und dann noch ein schweres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. So, hier gibt es noch fortgeschrittene Optionen. Da bin ich natürlich neugierig. Hier kann ich dann noch festlegen, was der Nutzer-Typ denn so alles darf. Und in welche Gruppen der dazu gehört. Und da würde ich sagen, auf jeden Fall die Will-Gruppe. Zugriff auf die X-Programme, das sind dann im Prinzip alle der Desktop. RPM-Werkzeuge, Netzwerkwerkzeuge und Kompilierwerkzeuge. Das ist auch in Ordnung. Und dann einmal auf OK. So, dann einmal weiter. So, hier soll ich jetzt einen Monitor auswählen. Das ist sehr interessant. Ich lasse jetzt einfach Plug and Play. Und hoffe doch mal, dass er den Monitor auch richtig erkennt. Ich meine, es wird ja jetzt schon richtig angezeigt alles. So, hier kommen wir nochmal zur Zusammenfassung. Wir haben hier die Zeitzone. Das ist soweit richtig. Grub Bootloader. Dienste werden hier nochmal dargelegt. Dann haben wir hier unsere Hardware. Tastatur, Maus, Sound und Grafik. Und dann hier unten noch Netzwerk. Kein Proxy. Das ist auch OK. Die Sicherheit ist auch so, wie es ist. Also einfach auf Weiter. Und jetzt wird quasi der Bootloader installiert, sodass das System dann auch hartbar ist. Das ging auch recht zügig. Sie haben nur die Möglichkeit, Online-Medien einzurichten. Dies erlaubt Ihnen, Sicherheitsaktualisierungen zu installieren. Um diese Medien einzurichten, benötigen Sie eine funktionierende Internetverbindung. Möchten Sie Online-Medien einrichten? Ich sage jetzt einfach mal Ja. So, ein Netzwerk sollte ja soweit funktionieren. So, und das sieht ganz gut aus. Jetzt werden hier ja diverse Sachen heruntergeladen. Und das warten wir einfach mal ab. So, das ging dann doch etwas schnell. Sie haben nun die Möglichkeit, Pakete zu installieren, die seit Erscheinen der Distribution aktualisiert wurden. Wir dürfen nicht vergessen, Magia 8, das ist ja das aktuelle Stable-Release quasi, ist von Februar 2021. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos haben wir bereits Dezember 2022. Das heißt, das Betriebssystem ist quasi jetzt schon anderthalb Jahre alt, also fast zwei Jahre alt. Und ja, deswegen möchte ich auf jeden Fall die Aktualisierung durchnehmen. Und überraschenderweise sind es quasi nur elf Pakete, die hier geupdatet werden müssen. Okay, dann sagen wir auch einfach mal Okay. Und hier wird dann empfohlen, dass ich aufgrund der Aktualisierungen der GLibC, Kerne, Desktop und Debus entsprechend das System neu starten soll. Das muss ich sowieso, denn ich bin ja noch nicht auf dem installierten System. So, um die Abhängigkeiten zu erfüllen, werden die folgenden Pakete installiert. Und das sind jetzt tatsächlich 510 Pakete. 1,1 Gigabyte an Paketen werden geholt. 610 Megabyte verbraucht das Ganze nachher. Das ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, wir warten das Ganze einfach mal ab. So, und auch hier werde ich nochmal darüber informiert, dass ich den Rechner neu starten soll. Und so wie es aussieht, wurde hier ein neuerer Kernel installiert, nämlich der Kernel 5.15. Und das ist ein recht aktueller LTS-Kernel. Okay. So, herzlichen Glückwunsch. Installation abgeschlossen und wir können das System neu starten. So, so sieht dann das Grub-Boot-Menü aus, der Grub-Boot-Loader. Und der hat auch meine Debian-Installation hier erkannt. Das ist mein NAS-Server, der hier mit drauf ist auf dem Rechner, auf einer anderen Festplatte. Aber schön, dass er das auf jeden Fall hier erkannt hat. So kann ich es von hier aus auch starten. So, aber wir gehen jetzt hier einfach auf Magia und dann einmal drauf. Der Name Magia kommt übrigens aus dem griechischen Magia und bedeutet einfach magisch oder zauberhaft. So, hier haben wir dann SDDM als Login-Bildschirm. Sieht sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Es ist ein sehr, sehr schönes Design. So, wir fangen an mit dem Benutzernamen. Das ist Typ und dann das Passwort dazu. Und falls wir jetzt noch mehrere Sachen installieren würden, hier könnte man das Ganze hier auswählen. EisWM ist hier tatsächlich auch noch mit drauf. Wahrscheinlich für den Fall, dass Plasma nicht funktioniert, kann man direkt in EisWM reinladen. So, wir haben auch noch eine schöne Animation. So, dann haben wir hier ein Willkommensbildschirm. Herzlich willkommen bei Magia-Typ. So, klicken Sie auf Medienquellen, um zu den ersten Schritten zu gelangen. Und hier wird mir jetzt ein bisschen erklärt, wie das Ganze hier mit den, ja, mit den Mediatypen, wie das hier funktioniert, wo die quasi die Paketquellen, wo die Pakete herkommen. Gibt es dann im Prinzip das Core-Repository. Das sind im Prinzip die Open-Source-Pakete. Alles, was im Prinzip das Kernsystem ist. Dann gibt es die sogenannten Non-Free-Pakete. Da sind zum Beispiel WLAN-Kartentreiber, Firmwaretreiber, auch Nvidia-Treiber mit drin. Und dann gibt es das, ja, noch härtere, sag ich mal, Tainted-Paket. Da sind dann auch Multimedia-Kodex mit drin. Und unter Umständen auch Programme, die in bestimmten Ländern gegen Patente- oder Urheberrechtsgesetze verstoßen könnten. Mir ist jetzt im deutschen Gesetz nicht bekannt. Dass es Software gibt, die bereits während der Nutzung schon Urheberrechtsverstöße, ja, verletzt oder eben Patentrechtsverletzungen hat. Deswegen können wir im Prinzip das Tainted-Repository ohne schlechten Gewissens aktivieren. So, dann gibt es noch die Backports. Das sind dann hochaktuelle Software, die jetzt eben nicht den Aktualisierungsrichtlinien entsprechen. Und dann gibt es noch ein paar Hinweise. Und hier können wir dann jetzt einfach mal die Softwarequellen bearbeiten. Dazu muss ich dann mein Passwort eingeben, da ich ja auch Sudo-Rechte habe. Und wir können jetzt hier einfach mal auf Vollbild machen. Sehr gut. Oh, das ist sehr schön animiert. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, und dann gibt es dann hier die verschiedenen Spiegel-Server. Es gibt dann zu jedem Medium gibt es dann quasi einen dazugehörigen Debug-Channel. Der ist dann eher für Entwickler gedacht, genauso wie der Testing und Testing-Debug. Das braucht aber alles gar nicht aktiviert zu werden. Es reicht im Prinzip einfach nur den regulären Release. Dann die Updates. Backports könnte man machen. Die lasse ich jetzt aber mal weg. Non-Free lasse ich weg. Auch die Non-Free lasse ich aktiviert. Die Non-Free-Updates ebenfalls. Und werde jetzt hier die Tainted ebenfalls aktivieren. Und hier auch die Tainted Releases und auch die Tainted Updates. Und dann gibt es das Ganze nochmal hier unten für 32-Bit. Da ich aber ein 64-Bit-System habe, brauche ich das hier alles nicht. So, ich gehe jetzt einfach mal auf OK. Und so wie es aussieht, hat er jetzt da nichts weiter gemacht. So, dann können wir jetzt hier aktualisieren. So, dann gucken wir. Hier steht dann beschrieben. Hier steht dann auf Aktualisierungen prüfen. Dann machen wir das einfach mal. Wobei wir das ja eben schon gemacht haben. So, es muss Kontakt mit Spiegel-Servern aufgenommen werden, um neue Pakete zu holen. Möchten sie fortfahren? Ich möchte, dass wir auch beim nächsten Mal nicht mehr gefragt haben. Also sage ich einfach ja. So, jetzt werden die Paketlisten quasi synchronisiert. Und hier sind dann noch Software-Aktualisierungen dann verfügbar. Hauptsächlich Media-Kodex, so wie es aussieht. Hier die DVD-Kodex. Wir haben ja jetzt hier aus den Tainted Repositories im Prinzip die Software auch freigeschalten und aktiviert. Unter anderem eben auch Plugins für VLC-Media-Player. Ich sage jetzt einfach alle auswählen. Die sind schon alle ausgewählt. Dann einfach aktualisieren. 49 Pakete. Ich denke mal, das sollte nicht allzu lange dauern. Und das war es auch schon. Und dann kann ich hier einmal auf Beenden. Sehr gut. Dann machen wir mal weiter. MCC. Das ist das Magier-Kontroll-Zentrum. So, da können wir mal einen Blick hineinwerfen. Auch hier wieder Passwort rein. So sieht das Ganze dann auch. Hat so ein bisschen was von einem Installer. Aber von hier aus kann ich dann zum Beispiel die Software verwalten, installieren, entfernen. Dann haben wir hier die Hardware-Einstellung, Netzwerke, Systemeinstellung. Da kann ich neuen Benutzer angeben. Datum und Uhrzeit einstellen. Kann ich die Netzwerke, Ordner entsprechend konfigurieren. Partitionen verwalten. Dann kann ich hier eine Kindersicherung verwalten oder eben auch die Firewall konfigurieren. Was sehr, sehr schön ist. Besonders für Familien mit Kindern. Und hier kann ich dann auch nochmal die Boot-Einstellung konfigurieren. Alles in allem muss ich sagen, ist diese Art des Kontroll-Zentrums, der Einstellungsverwaltung sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr übersichtlich kategorisiert. Ohne großartigen Schnickschnack. Ohne dass das unnötig kompliziert auch beschrieben ist. Finde ich das wirklich sehr, sehr hilfreich. Und das gesamte Look and Feel hat so ein bisschen auch was von, ich sag mal so alten Windows XP-Zeiten. Was jetzt nicht schlecht ist. So, unter Software installieren. Wird mir hier erklärt, wie ich Software eben installieren und auch entfernen kann. Und da gibt es zum Beispiel RPM Drake. Das ist im Prinzip eine klassische Softwareverwaltung, die so ein bisschen an Synaptics erinnert. Wer also Ubuntu oder Debian-basierte Betriebssysteme verwendet, der wird mit der Synaptics-Paketverwaltung schon vertraut sein oder zumindest schon mal davon gehört haben. Und ja, hierüber kann ich mir dann entsprechend dann Pakete auch nachladen. Hier habe ich dann die Kategorien und die Unterkategorien. Und dann kann ich hier entsprechend anklicken, was ich denn haben möchte. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Softwareverwaltung, die zwar auf den ersten Blick ein bisschen altbacken wirkt, aber dafür auf wirklich seine absoluten Funktionalitäten begrenzt ist. Und ich finde, das ist eine hervorragende Softwareverwaltung, bei der man echt alles findet, was man denn so braucht. So, dann gibt es als Alternative noch DNF-Dragora. Dieser Befehl ist nicht installiert. Ich habe aber bereits gelesen im Wiki, im Magia-Wiki, dass man die Paketverwaltung von Fedora, beziehungsweise auch von OpenSUSE und so weiter, dass man diese sich auch in Magia einfach nachinstallieren kann, so dass man dann auch ganz normal DNF-Install machen kann. Denn die Standard-Paketverwaltung für Magia lautet U-R-P-M. Beziehungsweise U-R-P-M-I. Aber da kommen wir gleich noch dazu. So, gehen wir mal zu den Anwendungen. So, dies ist eine kleine Auswahl an populären Anwendungen. Jetzt kommt es hier ein bisschen zu Lackereien. Das hängt hier wahrscheinlich mit dem Fenster hier zusammen. Ich kann es einfach mal auf größer machen, aber dann wird es irgendwie schlimmer, stelle ich gerade fest. Okay, so ist besser. So, das ist eine kleine Auswahl an populären Anwendungen, und die man hier halt entsprechend installieren und so weiter kann. Hier ist der Firefox zum Beispiel, ist hier schon installiert. Deswegen kann ich ihn von hier aus entsprechend starten. Videokodex kann ich dann von hier aus zum Beispiel gleich installieren, aus dem Tainted Repository. Das wird hier extra nochmal erwähnt. Genauso wie auch der VLC Media Player mit diversen Plugins, die eben aus dem Tainted Repository kommen. So, und hier gibt es nochmal Gia Theme Extra. Ja, das möchte ich mal haben. Da bin ich immer für zu haben. Einmal installieren. Passwort rein. Okay. Und fertig. Dann ist das auch installiert. Und so kann ich jetzt hier auch schon mal so ein bisschen durchgehen. Da sind dann einfach so die beliebtesten Programme hier schon mal alle aufgeführt, die ich dann entsprechend nachinstallieren kann. Zum Beispiel der Chromium Webbrowser oder Thunderbird E-Mail Client. Und so kommen wir zu ihrer Konfiguration. Herzlichen Glückwunsch. Sie verwenden jetzt Magia 8. Sie verwenden den Linux-Kernel 5.15.79. Das ist auch ein recht aktueller Kernel, wenn ich mich nicht irre. Ja, der aktuellste Long-Term-Support-Kernel ist 5.15.82. Und ja, von 79 bis 82, das sind jetzt nur ein paar kleinere Mini-Versionen, hängt da jetzt hinterher. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm, da dieser Linux-Kernel hier dann direkt von Magia auch gebaut wird, noch zusätzlich und separat getestet wird. Also ist es ein ziemlich aktueller Linux-LTS-Kernel, der hier mit drauf ist. So, dann haben wir hier den Desktop-Benutzer-ID und sie sind mit einem Netzwerk verbunden. Das ist quasi nochmal so eine Zusammenfassung. Und hier gibt es dann noch Links zu weiteren Informationen. Gut, dann kann ich jetzt hier den Haken rausmachen und dieses Willkommensfenster einfach mal schließen. Und dann können wir uns einfach mal den Desktop hier auch angucken, wie er denn so aufgebaut ist. Wir haben ganz normal auf dem Desktop selber einen Papierkorb und ansonsten noch einen Link in die Magia-Community. Das ist dann quasi Contribute. Da habe ich dann von hier aus die Möglichkeit, mich in vorn mit einzuwählen oder beim Übersetzen zu helfen, bei der Dokumentation zu helfen, das Projekt zu fördern und so weiter und so fort. Wer da also auf jeden Fall mitwirken möchte, Magia hat wirklich eine sehr, sehr erfahrene, sehr, sehr große, zuverlässige Community. Der ist hier auf jeden Fall sehr, sehr richtig und kann da auf jeden Fall mitmachen. So, wir schauen mal, was jetzt hier unten in der Leiste so alles drin ist. Rechts haben wir halt Uhrzeit, Lautstärke und so weiter. Auch hier die ganzen Short-Links zum Netzwerk und so weiter. Und hier haben wir dann den Firefox-Browser. Dann hier ist das Kontrollzentrum. Das hatten wir eben schon mal. Das, was so aussieht wie der Installer. Das ist dann quasi der kürzeste Weg dahin. Es gibt aber auch noch ganz normal die Systemeinstellung von KDE Plasma. Wer also diese lieber möchte, der kann auf jeden Fall das Ganze auch hier rüber dann ansprechen. So, dann haben wir hier Dolphin. Das ist der Paketmanager, der Standard-Paketmanager für KDE Plasma. So, dann haben wir hier noch eine Aktivitätsverwaltung. Da werden dann hier verschiedene Fenster und Aktivitäten einfach aufgelistet, die ich dann so habe. Also Arbeitsplätze quasi. Und hier gibt es einen Punkt, der nennt sich Arbeitsflächenanzeigen. Im Prinzip wird alles, was offen ist, einfach beim Klick hier einfach minimiert, damit ich wieder einen freien Bildschirm habe. Ja, und wenn ich hier mit der Maus oben auf die Ecke gehe, dann ist es alles wieder da. So, dann kann ich das schließen und dann gucken wir jetzt mal hier in das Startmenü rein. Das ist das klassische Startmenü, wie man es zum Beispiel von Windows XP und so weiter auch kennt. Das hat sich über die vielen, vielen Jahre dann halt auch bewährt, auch seit 2010 und so weiter. Und wir schauen mal, was hier schon vorinstalliert ist. Wir haben ein paar KDE-eigene Sachen, wie zum Beispiel KDE Connect und K-Mail und so weiter drin. Dass der Conqueror-Browser tatsächlich noch drin ist, das ist ja eine absolute Überraschung. So, ansonsten bei Büro-Programmen gibt es dann die LibreOffice-Bibliothek, die hier auf jeden Fall mit dabei ist. Wir können ja gleich mal im Startcenter schauen, welche Version hier installiert ist. Zumindest ist es schon mal alles auf Deutsch. Das ist sehr, sehr gut. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und 4732, das ist die aktuellste LibreOffice-Version. Und damit haben wir auch wirklich die neueste Software hier drauf. Das ist sehr, sehr gut. Ein stabiles System und dennoch neueste Software. So muss das Ganze dann sein. So, das ist auf jeden Fall unter Büro-Programme drin. Auch hier ist K-Mail und K-Organizer noch mal drin. So eine Ocular als Standard-PDF-Anzeigeprogramm. Und dann gibt es hier etwas, was Scrooge heißt. Scrooge sagt mir was. Ist im Prinzip der aus Entenhausen Onkel Dagobert. Nennt sich auch, glaube ich, Mr. Scrooge oder so. Und da kann es ja nur um Geld gehen. Ja, habe ich mir gedacht. Geht hier also um Finanzverwaltung. Finde ich ja sehr gut. Kannte ich jetzt so noch gar nicht. Ja, aber hier sieht man auch, es ist so ein Entenfuß. Also es lehnt sich tatsächlich an an Scrooge von Entenhausen. Also wer da jetzt nicht weiß, was ich meine, dann will ich das mal ganz fix zeigen. Ja, wenn ich jetzt hier also zum Beispiel bei Google einfach Scrooge McDuck eingebe, dann kommt hier, ja, Onkel Dagobert aus Entenhausen. Ja, der heißt im Englischen Scrooge McDuck und hat sich halt auch im englischen Sprachgebrauch durchgesetzt, dass Scrooge mittlerweile schon ein Synonym geworden ist für geizig. Weil Onkel Dagobert ist ja auch geizig. Der hat ja wirklich jeden Penny, den er so findet. Ja, und da angelehnt ist eben auch das Wort Scrooge. Und deswegen hier auch der Entenfuß hier in diesem Taler. Sehr gut. Also kann man hier seine Haushaltsverwaltung machen. So, unter dem Punkt Grafik finden wir dann einmal Digicam. Das ist eine Fotoverwaltung, eine Fotoverwaltungssoftware, die ziemlich groß ist. Gimp als Alternative zu Photoshop, die kostenfreie Alternative zu Photoshop. Dann noch ein Image-Anzeigeprogramm und ein Farbauswahlprogramm. Und dann gibt es hier noch ein KDE-eigenes Paint, das Color Paint. Bei Unterhaltungsmedien, da gibt es dann einmal den Clementine Audio Player. Der ist mittlerweile ziemlich beliebt. Deswegen finde ich das auch schön, dass der mit dabei ist. Caden Live Videoschnittsoftware ist auch schon gleich von vornherein mit drauf. Okay, interessante Entscheidung. Und der VLC Media Player darf natürlich nicht fehlen als Universalplayer für Musik und Videos. Unter Werkzeuge findet man dann die üblichen Verdächtigen, die im Prinzip bei KDE-Plasma mit drin sind. Ja, wie zum Beispiel Druckereinstellung, Informationszentrum, dann diverse K-Gear-Produkte. Also alles, was wirklich aus dem KDE-Gear kommt. Also K-Alarm, K-Kalk, ja, also als Taschenrechner. Dann so ein Journalprogramm, K-Notes, eine Konsole, Timer. Also hier sind wirklich alle möglichen Sachen drauf. Also nichts Magier-Eigenes, sondern tatsächlich ausschließlich KDE-Plasma. Bei Entwicklung gibt es dann hier noch die LibreOffice Base ist hier noch mit drin und eine Feedback-Konsole. Und unter Wissenschaften gibt es wahrscheinlich noch LibreOffice Math. Jawohl. So, mehr ist im Prinzip nicht drin. Und dann gibt es hier noch den Punkt Installieren und Entfernen von Software. Da gibt es hier im Menü einen eigenen Punkt dafür. Und das finde ich auch sehr gut, so dass man dann von hier aus direkt in die Software Verwaltung reinkommt. So, im Prinzip braucht man keine Konsole. Im Prinzip braucht man kein Terminal, wenn es darum geht, Software zu installieren oder zu updaten. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch so alles auch optisch einstellen können. Wenn ich hier einfach Rechtsklick auf das Hintergrundbild mache, dann habe ich hier auch die Möglichkeit, die Arbeitsfläche zu verändern, also das Hintergrundbild zu ändern. Und da gibt es einmal hier Magier und einmal Flow. Flow wäre dann von KDE Plasma so ein Standardbild quasi. Und mehr gibt es tatsächlich an Hintergrundbildern gar nicht. Also, wer jetzt mehr haben möchte, der geht am besten hier auf neue Hintergrundbilder holen und findet dann dort entsprechend die neuesten Hintergrundbilder, die es so gibt. Das gesamte KDE Plasma Design von Magia 8 ist quasi das Standard Breeze Design. Das gibt es dann auch nochmal in der Version Dunkel. Falls mir das alles ein bisschen zu hell ist, kann ich hier einfach auf den Dark Mode gehen und dann hat man das Ganze auch entsprechend dunkler. Ich finde aber zu Magia passt tatsächlich so dieses helle Design ein bisschen besser. Und unter Fensterdekoration kann ich dann hier oben auch den Rahmen entsprechend konfigurieren, wenn ich es denn möchte. Und kann hier auch neue Sachen einfach runterladen. Es gibt ja online, gerade bei KDE Plasma, gibt es ja online wirklich unzählige Designs, die man hier verwenden kann, um KDE Plasma entsprechend zu konfigurieren. So, da werden wir jetzt aber nicht allzu viel machen. Ich möchte stattdessen nochmal einen Blick auf den Paketmanager werfen, da es ja auch viele Linux Nutzer gibt, die dann gerne doch das ein oder andere über die Konsole erledigen. Also der Paketmanager heißt URPMI. Und mit URPMI kann ich dann halt diverse Sachen machen, wie zum Beispiel Dinge installieren oder auch das System updaten. Wenn ich zum Beispiel URPMI.update und dann minus A eingebe, dann werden alle Listen quasi geupdatet. Das entspricht ungefähr dem Update, was man so kennt von Ubuntu-basierten Betriebssystem. Es werden lediglich die Repository-Listen gezogen und die unverglichen und geupdatet. Hier steht jetzt, es ist alles auf dem neuesten Stand. Und wenn ich diesen Befehl durchgeführt habe, dann möchte ich ja, wenn zu aktualisierende Pakete verfügbar sind, dann eben auch ein Upgrade durchführen. Und das mache ich mit URPMI. und dann im Prinzip Auto minus Select. Klingt ein bisschen komisch. So, das Ganze muss dann als Sudo noch durchgeführt werden. Das machen wir mal noch. Und ja, hier zieht er dann tatsächlich nochmal ein paar Pakete aus dem Taint-Repository. und sagt dann, ja, möchten Sie dann die Pakete updaten, möchten Sie sie installieren? Und da sage ich einfach ja. Und dann werden die im Prinzip auch nochmal gezogen. Und so wird dann im Prinzip aktualisiert. Das ging jetzt auch recht zügig. Und hier sehen wir auch jetzt unten zum Schluss der letzte Sat. Diese Pakete sind quasi verwaist und mit URPME minus Auto Orphans mit diesem Befehl kann ich diese Pakete entfernen. Oder auch das können wir mal ganz fix machen. So, URPM. So, das I hinten bedeutet immer, dass etwas installiert wird und das E bedeutet immer, dass etwas entfernt werden soll. Mit URPME kann ich im Prinzip Dinge entfernen. Auch ganz normal Pakete oder Programme deinstallieren. Einfach URPME eingeben, dann das Paketname und dann wird es entfernt. Und hier machen wir das eben mit Auto minus Orphans. So, was im Prinzip verwaiste Pakete, also er soll automatisch alle verwaisten Pakete nehmen und diese eben entfernen. So, auch hier muss ich natürlich noch Sudo eingeben. Und dann fragt er jetzt und ich sage einmal Ja, das möchte ich und dann sind die Pakete entfernt. Also, war gar nicht so schwer. Das Ganze, gerade dieses URPMI Update und URPMI Auto Select lässt sich nochmal abkürzen. Ja, also nochmal zusammenfassend. Wir hatten ja erst URPMI Auto Select. Nein, wir hatten ja erst URPMI Update minus A für das Synchronisieren der Update Listen und direkt im Anschluss dann URPMI Auto Select. Um das Ganze in einem kurzen Befehl zusammenzufassen, können wir auch schreiben Sudo URPMI und dann minus minus Auto minus Update. So, und dieser Befehl macht im Prinzip alles, oder alles beides. Einmal die Synchronisierung der Paketlisten und dann die Pakete entsprechend installieren und da wir ja jetzt hier installiert haben schon die Updates, ist nichts mehr zum Updaten, aber im Prinzip ist das der einzige Befehl, den man dann tatsächlich braucht. Sudo URPMI minus Auto Update. Den braucht man im Prinzip nur und dann geht das so seinen Gang. So, wie kann ich also in der Konsole ein Programm installieren und deinstallieren? Im Prinzip ganz einfach mit Sudo U RPMI und dann eben das Paket htop zum Beispiel und dann kann ich hier einfach ähm warte ich einfach kurz ab, das ging jetzt rucki zucki und schon ist htop installiert. Ja, so einfach ist das und wenn ich das Programm wieder entfernt haben möchte, dann gebe ich einfach ein Sudo U RPME E für entfernen und dann htop und dann wird das Paket wieder entfernt und htop ist nicht mehr da. Ist also super, super einfach nach URPM E für entfernen URPM für installieren und URPM I minus minus Auto minus Update ist dann quasi ein volles System Update oder System Upgrade. So, was lässt sich also abschließend zu Magia Linux noch sagen? Ich finde, Magia Linux ist hervorragend geeignet für alle Nutzer, sowohl Anfänger als auch sehr erfahrene Nutzer, da es sich hierbei wirklich um ein Urgestein von einem Betriebssystem handelt, deren Entwickler wirklich unzählige Jahre Erfahrung oder Jahrzehnte in Erfahrung hier in dieses Betriebssystem reinstecken. Wie man auch bei Magia 8 hier sieht, ist von den Einstellungen und vom Design her alles eher auf, ich sag mal Vanilla geblieben, also da wird keine große Energie in irgendwelche besonderen Design-Techniken gesteckt, sondern man nimmt das, was wirklich da ist, hält es stabil und bietet es entsprechend an. Ergo habe ich wirklich überhaupt keine Probleme gehabt, dieses System auch zu installieren, es war alles selbsterklärend, auch sehr schön der Willkommensbildschirm, wo ich dann im Prinzip das System auch nochmal updaten und kennenlernen konnte. Insgesamt läuft Magia 8 ganz regulär auf etwas älteren Systemen, KDE Plasma ist da ja jetzt nicht ganz so verschwenderisch und läuft dennoch super, super flott, auch trotz der Transparenz und Animationseffekte, die hier eben bei der Bewegung der Fenster mit dabei sind. Der Paketmanager URPMI, an dessen Aussprache ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen werde, ist super, super einfach zu bedienen, wenn man es denn in der Konsole auch verwenden möchte. Es gibt dazu auf der Magia-Webseite im Wiki auch einen hervorragenden Eintrag, wo alles nochmal schön aufgelistet und aufgetrieben ist, wie der Paketmanager funktioniert. Grundsätzlich lässt sich dieses Betriebssystem aber auch vollständig ohne Konsole verwenden. Alles hat eine grafische Oberfläche, man wird über alles informiert, das Updaten, das Software installieren, alles läuft über grafische Oberflächen. Damit ist in meinen Augen Magia eines der besten Umsteiger-Systeme für Nutzer von Windows auf Linux. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.